Was war denn das, das schönste von der Bühne runter? Weil die besoffen nicht zuhören können, weil sie randalieren, wenn ich singe. Was bin ich nicht gewöhnt? Wenn das normal vorkommt, kannst du deine Klamotten packen. Du kannst froh sein, dass dich überhaupt einer auf eine Bühne lässt. Was Bühne nennst du das? Diesen Drecksladen hier. Ich weiß, was eine Bühne ist. Ich bin auf den größten Bühnen der Welt zu Hause gewesen. Gewesen? Vergiss das nicht. Scheiße, Kerl.